Was ist Doping? Was ist Doping? Doping ist immer der Versuch eine Abkürzung zu machen. Und diese Abkürzung geht weder in der Wirtschaft noch im Sport. Es geht nie gut aus, das ist die gute Nachricht. Und klar ist die Idee des Betruges, oder die Idee, dass man sich irgendwann zerschwingen kann, dass man sich einen Erfolg erschleichen kann, ist allgegenwärtig. Und diese Auswirkung der Globalisierung hat uns eh gerade um die Ohrwaschung. Also das eigene Spiegelbild, so wie es sich immer ausgedrückt ist, das wenn du einmal betrügst, bescheißt, bleibt immer unerträglich. Das heißt, du wirst immer in der Früh aufstehen, wenn du dich anschaust, denkst du, das geht sich nicht aus. Und ich stehe einfach seit Lebzeiten, und das wird sich nicht mehr ändern, für diesen gesunden und freudvollen Erfolg. Weil der bedingt auch, dass der Erfolg, also der Erfolg um jeden Preis kann ja nie die Lösung sein. Und dieser Erfolg um jeden Preis sieht man eh, wo wir damit hinkommen sind. Und die Spitzensportmetaphil ist zwar, ist es schneller, höher, weiter. Und gleichzeitig habe ich die tiefe Überzeugung, wir sind durch mit dem Thema. Also es ist jetzt nicht mehr erstrebenswert noch schneller, noch höher, noch mehr. Es braucht dieses Gesundheitsschwumpfen auf Art und Weise. Da hat die Wirtschaftsverantwortliche, da zieht sich alles zusammen. Aber die Tatsache ist, ich habe jetzt, Dalai Lama hat so ein wunderbares Zitat gesagt, unsere Welt braucht keine erfolgreichen Menschen mehr. Unsere Welt braucht liebende Geschichtenerzähler, Heiler aller Art. Und ich glaube, das ist viel mehr von diesen... Ich sehe mich ein bisschen aus dieser Geschichtenerzähler. Also, ja, ich sehe mich aus den Liebenden. Heilend können wir uns ja immer nur selber auf Art und Weise wieder ins Gleichgewicht bringen. Und da können wir viel dafür tun und viel dafür weglassen. Fast noch mehr weglassen, wie wir durch ihn haben. Aber ich glaube, dass diese Hochleistungsgesellschaft, dieses ständige Wirtschaftswachstum, das ist jetzt... Da braucht es jetzt ein Umdenken.